Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness. Wir sind wieder hier in Peters, ich habe schon wieder seinen Nachnamen vergessen, ich bin schrecklich mit meinem Gedächtnis tatsächlich Leute, in Petershaut, in den Katakomben unter dem Kloster von Amior und schauen wir doch mal nach hier. So weit wollte ich nicht, ich wollte eigentlich auf die Karte und ich Depp macht natürlich, wenn ich rede und Dinge tue gleichzeitig, dann geht das schief. So, dann gucken wir mal, laufen wir mal hier runter und gucken wir mal, hier können wir direkt rein und haben dann ein nettes großes Viech. Da hole ich doch mal direkt das Gewehr raus. Da haben wir ja schließlich auch ein bisschen Munition. Schließt der da ab, du sollst, nein? Nein, 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 du sollst schon den großen, ne? Also, wir, die, genau so. Nein, das lief jetzt nicht wie geplant. Jetzt kommt hier der Rechte wieder, was ihr wahrscheinlich nicht seht, aber für mich natürlich extrem scheiße ist zu spielen, weil ich so gut. Das ist das, wenn der B gehört, das Erste, was ich mache, ganz ehrlich. Ich gehe hier und sorge dafür, dass die Belüfte von diesem Gerät hier stimmt. Das ist ja getroffen worden, oder? Werden ich geschossen habe. Ja, ja, genau. Wieso lockt der nicht auf den Gegner, wenn ich drücke? Also, ich habe jetzt tatsächlich mir keine Mühe gegeben, irgendwie Heilung und so weiter, weil bei dem Ruckel kannst du nichts machen. Und das ist ja wirklich, also ich kann hier die komplette Maus von Windows ruckeln. Das heißt, das hat nichts irgendwie mit Encoding, Grafikkarte oder sonst was zu tun, sondern wirklich im Kernel ganz unten drin. Selbst Kernel-Time ist hier im Arsch. Ich kann hier wirklich nur warten und ich nehme an, dass einfach der Prozessor runterregelt. Und jetzt bewegt sich die Maus wieder flüssig. Das heißt, jetzt laden wir einfach nochmal neu und probieren es einfach nochmal. Ja, so ein Mist passiert halt. Genau. Nintendo, das ist der Hersteller von dem Spiel. Wir laden hier einmal neu. So, ich habe mir diesmal auch, habe ich den Leuten im Stream schon gesagt, ich habe mir diesmal auch was Leckeres zu essen geholt. Naja, so eine kleine Keksmischung. So eine Büro-Keksmischung, die man im großen Pack kaufen kann. Und dann immer so einzelne, für jedes Meeting so ein Päckchen. So, jetzt kann ich gleich hier die. Also der, der visiert irgendwie nicht den, an den ich anvisieren will. Das ist doof. Und dieses Umschalten vom Anvisieren, das kriege ich irgendwie nicht gebacken. Ich weiß, dass ich das loslassen muss, aber irgendwie visiert der dann tatsächlich den an. Also ich sehe hier auch nicht, wen der anvisiert, weil das ja in die Kamera kann. Sollten doch eigentlich die drei Köpfe weg sein. Das ist ja immer das gewesen, dass der... Vielleicht ist es nicht so intelligent, direkt vor dem zu stehen, aber gut. Da haben wir es doch zu. Vielleicht schlacken wir aber doch das Schwert, ne? Jetzt holen wir es an und schlicht hier zu verboxen. Jetzt holen wir es so. So, ohne Arme geht das nicht. Keine Arme, keine Kekse. So. Dann hätten wir das erledigt. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Bevor mir das gerade wieder passiert? Einmal hier. Modus, genau. Laden, speichern. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Das ist wahrscheinlich... Oder ist es jetzt, wo der... Ja genau, jetzt, wo der komplett despawned ist, kann ich speichern. Da. So. Jetzt natürlich für den Kampf und das passiert mir immer, das habt ihr bestimmt schon gemerkt, immer in diesem Raum. Weiß ich nicht, wo ich reingekommen bin. Hier sind vier Türen scheinbar. So, ne? Okay, dann schauen wir mal das hier. Okay, es ist nicht oben, sondern es ist unten. Ich bin wohl durch diese Türe. So, ne? Kommen wir nämlich an. Was ich jetzt erstmal machen will, ist das hier. Ein bisschen eben sehr eng. Und ein bisschen Kekse in den Mund. So. Machen wir erstmal hier. Da können wir nicht durch. Was sagt die hier? Die sagt ja. Ja. Und dann direkt Trapper. Für die haben wir natürlich die Revolver. Dann laden und müssen mal gucken, wo er ist. Im Zweifel landen wir in der Trapper-Dimension. Ich glaube, ich muss es nehmen, um das laden zu können. Das ist ja jetzt so, weil ich muss jetzt darauf achten, langsam zu laufen, dass der mich nicht bemerkt. Und gleichzeitig möglichst reagieren, sobald der ins Bild kommt. Der läuft wahrscheinlich genau hier unten an dieser Balustrade entlang gerade. Sodass ich ihn gar nicht sehen kann. Das wäre mächtig fies. Aber eben nachher auch an der Wand. Ah nein, okay. Dann sind die wohl hier irgendwie... Ja. Da sind halt die Balustraden im Weg. So, war das jetzt der letzte von denen? Ja, das scheint jetzt sehr essentiell. Dann laden wir doch mal unsere Pistole wieder. Dazu muss ich sie ja mit der Munition mixen. Oh. Oh doch, da ist er. So. Hervorragend. Schnappen uns mal... Ich kann bestimmt nicht speichern. Das wäre jetzt gut. Das geht doch. Dann wird jetzt wahrscheinlich nichts passieren, wenn ich hier rangehe. Weil hier haben wir nämlich ein Getränk. Eine hellblaue Flasche steht auf dem Altar. Auf dem blutverschmierten Altar, muss man dazu sagen. Und dann nehmen wir das magische Elixier mit. Bei der blauen Farbe nehme ich ja mal an. Das ist... Gucken wir es uns mal an. Eine Kleie... Weizenkleie wahrscheinlich. Eine kleine blassblaue Flasche, die mit einem Stück Kork verschlossen ist. Dieses magische Elixier regeneriert die magische Energie von Peter. Hat man sich schon gedacht, ne? Es ist ja schließlich blau. Gucken wir uns mal den Altar an. Und wie ich gesagt habe, der antike Stein ist Blutgetränk, zerkratzt von unzähligen Schnitten eines Opfermessers. Der Stein verströmt den Gestank der Schmerzen und der Leiden, die hierauf zugefügt wurden, aus. Die Luft ist kalt. Erfüllt mit den Geistern, die keine Ruhe finden. Peter kann ihre düstere Verzweiflung spüren, die sie angesichts jedes Sakrilegs überkam. Ich glaube, hier muss ich jenes Sakrilegs überkam, das hier begangen wurde und mit dem sie mit Abscheu zuschauen mussten. Mit jedem seiner Atemzüge spürt er ihre Bewegungen in der Luft. Spürt, wie sie ihn um Hilfe bitten, die er ihnen nicht geben kann. Hilfe von diesem unheiligen Ort befreit zu werden. Dann mal schnell hier raus. Also, das einzige, was wir gefunden haben, ist, wir können unsere magischen Ege aufladen, aber das war die Stelle, wo wir vorher mit dem Bruder sowieso den Tod von dem anderen gesehen haben, den wir opfern mussten. So. Dann kommen wir mal weiter. Eigentlich ist die Sanity noch ziemlich gut für mich. Auch wenn wir die ganzen Geräusche hören und so. Und hier direkt zwei Trapper mal direkt so hier, wenn man reinkommt. Glücklicherweise nicht so gemacht, dass die das sofort bemerken, nur weil du reingekommen bist. Etwas, was du ja nicht verhindern kannst. So, das war's auch schon, was Trapper angeht. Ich bleib nur bei der kleinen Bumme erstmal. So, wenn ich nicht genau weiß, was mich erwartet. Wenn ich um die Ecke gehe, wollte ich sagen, aber mich erwartet nur eine Tür. So, da ich nicht weiß, was mich hinter der Tür erwartet. Ganz klar. Einmal speichern. So, dann gucken wir mal. Küste. Ux, der Licht zäh, von daher, das ist okay. So, aber hier, da liegt ein Zettelchen. Ein vergübter Brief liegt auf dem Schemel. Der Brief eines Soldaten. Wollen wir uns den doch mal angucken. Das ist Nummer 3, Nummer 1. Nö, bevor wir uns den angucken, lesen wir, dass wir Nummer 2 finden müssen. Reihe um Reihe sind hier Bücher aufgestellt, die sich okkulten Überlieferungen und obskuren Wissenschaften widmen. Vom grotesken bis hin zur absolut bösartigsten Gottlosigkeit. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das macht ja eigentlich Sinn, hier die Fackel anzumachen, wenn man auch was sieht, oder, von den Büchern. Das hier ist der Schrank, der aufgeht. Das wissen wir schon von früher. Hier steht wahrscheinlich dasselbe, ne? So. Und der Tisch. Der Tisch ist über und über bedeckt mit okkulten Gegenständen. Das hat Peter nicht erwartet. Er entdeckt sonderbare Zeichnungen von Kreaturen, die jeder Natur widersprechen. Zum Leben erweckte tote Körper und ätherische Albträume. Dieses Regal scheint die Wand eingebohrt zu sein und ist nicht so mündig wie die anderen in dem Raum. So als könnte es bewegt werden. So auf, lehnen wir uns doch mal dagegen. Und schon fährt es nach hinten und klappt zur Seite weg. Tatsächlich einen Kritikpunkt habe ich an dem Spiel. Man hat eben gesehen, wie die Kamera sich gedreht und wieder zurückgedreht hat. Diese ganzen Animationen finden alle immer in der Normalperspektive statt, während die sich ja ein bisschen dreht, wenn ich verrückt werde. Das hätten sie so machen sollen, dass die Kamera tatsächlich so bleibt, wie es meinem Geisteszustand entspricht. Das wäre echt passender, als wenn sich das immer zurückdreht. Das war eine Ratte. Da habe ich mich tatsächlich eben erschrocken. So. Wenn dahinter jetzt Gegner sind und ich gleich wieder hin muss, ins Menü. Speichern und fortsetzen. So. Mal wieder. Das sind die dicken Zombies. Äh, eigentlich, eigentlich sind das doch die... Sind das nicht die Zombies, die ich... Nein, ah. Ich habe das nicht lange gehalten. Ich kann leider nicht sehen, ob ich den... Ich bin mir sicher, es waren zwei Zombies. Ich kann leider nicht sehen, ob ich den Körper ordentlich analysiere. Nein, es ist nur ein Zombie gewesen. So. Hier sind jetzt überall lilane Kerzen aufgestellt, während ich hier... Ich bin mir sicher, beim letzten Mal waren hier keine lila Kerzen. So. Dann würde ich sagen... Lass doch mal hier den Schlüssel an, der hier liegt. Auf dem verfluchten Altar liegt ein Schlüssel, der im sanften Kerzenlicht schimmert. So. Und das ist der Schlüssel zum Binnenkorps. Wenn jetzt natürlich wüsste, was ein Binnenkorps ist... Da wäre es sicher, dass Wankings... Ach. Das ist... Also ich nehme ja an, Binnen... Das ist wahrscheinlich das, was unter dem Korps ist. Und der Korps ist halt einfach ein Teil, also... Teil des Gebäudes. Und damit müsste das der... Natürlich die Tür sein, in die wir nicht reinkamen. Aber so genau weiß ich das nicht, was jetzt der Begriff Binnenkorps bedeutet. Aber ich denke, das ist der Schlüssel für diese Tür. Ja, ich könnte hier noch direkt verwenden können. Aber erst mal speichern. So. Und jetzt müssen wir nochmal... Aufschließen. Das hat funktioniert. Und jetzt kann ich... Und wir haben auch genug Zeit, eigentlich hier... den da zu machen. Zumindest beim ersten. Und jetzt ein wenig Sanity zurückzuziehen. So. Bitteschön. So. Dann einmal weiter geht's hier durch. Ah, ich glaube... Also die drei Zombies können wir nochmal ein bisschen... Hinhören. Ich höre nur Choralgesänge. Was passt? Binnenkorps und... Feuer. Sehr schön. Darauf einen Keks. Der starre und kalte Körper eines Soldaten liegt auf dem Boden. Peter dreht den Körper um, um zu sehen, wer der Tote war. Aber alles, was von dem Gesicht durchgeblieben ist, ist eine Masse des angefressenen Fleisches. Immer. Da leuchtet was. Quermunizierung. Das ist tatsächlich der gleiche Text. Ist ein bisschen schade. Und hier haben wir noch einen Zauber, einen Lichtzauber, so wie es scheint. Da ist ja eine Sonne drauf. Nein. Magische Attacke. Magische Attacke. Oh je. Ich habe das Gefühl, ich muss die benutzen, um weiterzukommen. Das ist ein bisschen größer. Ich gehe wieder in Gang. Und ich würde mal sagen, das hier hinten ist jetzt... Am Ende des Korridors befindet sich eine kunstvoll gestaltete Tür. Ihre Dekoration unterscheidet sich von denen der anderen Türen in der Kathedrale. Peter spürt mit all seinen Sinnen die Präsenz des Bösen hinter dieser Tür. Als er sie öffnen will, schleicht Furcht durch seine Eingeweide und besetzt seine Seele. Okay, also wenn wir die Tür jetzt öffnen, dann sind wir in diesem Raum mit dem Wächter, bin ich mir ziemlich sicher. Und eventuell müssen wir den jetzt bekämpfen oder werden auch einfach zermatscht. Die wurden letztes Mal ja einfach zermatscht. So. Aber da wir den Angriff gelernt haben, gehe ich davon aus, dass wir jetzt diesmal kämpfen müssen. Peter. 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 Und damit wird verhindert, dass wir weggehen. Ich probiere jetzt mal aus. Da wurde der Bildschirm schwarz. Ich muss ja sagen, ich gehe davon aus, dass war eine Halluzination neben dem Bildschirm schwarz, oder? Bevor wir kämpfen, lesen wir eben doch nochmal den Brief. Wir haben ja jetzt Zeit und ich glaube nicht. Ich gehe davon aus, wenn wir das Vieh besiegt haben oder von ihm zermatscht wurden. Wobei ich glaube mittlerweile, wir müssen es wirklich besiegen, dass wir nicht mehr den Brief des Soldaten Nummer 2 finden. Dritter Brief des gefreiten Reginald Jackson an seiner liebe Margaret. Seit zwei Wochen wird Haskell vermisst und ich fürchte mich davor einzuschlafen. Mehr als einmal sah ich Schatten an meinem Bett vorbeischleichen und wenn ich durch die Vorhänge schaue, konnte ich sehen, wie ein verwundeter Soldat aus seinem Bett gezogen wurde. Der Dunkelheit der Nacht. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Das gleiche passierte mit Haskell. Oder auch ich werde den gleichen Weg gehen. Ich weiß nicht, was mit ihm passierte. Ich habe Angst zu fragen, was ihm passiert ist, da ich weiß, dass ich dann mit Sicherheit der Nächste bin. Weil der Nächste in der Reihe wäre, der in die Finsternis geschickt wird. Ja, der Soldat ist wohl dem Ganzen auf die Schliche gekommen. So, was ich machen wollte, war, ich wollte die magische Attacke verwenden. Wir wenden es erstmal auf Stufe 3. Und nehmen wir einfach mal die aufs Richtung, die die passen will. Okay, der kann uns festhalten mit einer Attacke. Kann ich, ähm, also das war nicht nah genug dran eindeutig. Kann ich hier einfach schießen? Dann probieren wir mal das Schutzschild aus. Okay, wir haben also ein Schadensschild. Das war das falsche Schild, nicht der, den ich nehmen wollte. So, ich muss mich hier übernehmen. Ich habe vergessen, welche Farbe die richtige ist. Ähm, jetzt müssen wir nochmal den Angriff von ihm abwarten. So, einmal. Uh, was war das? Das hat uns so ziemlich eingehauen. Aber, ich gucke mir die magische Attacke nochmal. Das scheint ihm eher was getan zu haben, wie man sieht. Er hat nämlich seinen Angriff machen wollen und hat abgebrochen. Okay. Kann ich, nein kann ich nicht. Ich will gucken, ob ich die N1 stärker machen kann. Das wäre Entorbok und Red Gomorra. Entorbok und Red Gomorra. Ja, Leute, ihr wisst, ich kann mich nichts merken. Das ist egal. Entorbok. Und ich gucke mal, ob ich das so machen kann auch einfach. Ja, okay. Auf keinen Fall ist es egal. Das habe ich nie gewusst. Ich habe tatsächlich immer die Pargons dazwischen gemacht. Aber er hat uns keinen Schaden zugefügt. Nein, nein, das war falsch. Ich möchte. Ich wohn jetzt dazu nochmal die, die, äh, Knappe aus. Nein, da ist eine Art Schutzschild. Okay. Wir haben hier gespeichert direkt vor dem Kampf. Ich versuche jetzt erstmal herauszufinden, was wir machen müssen. Also ich gehe davon aus, ich will auch in die magische Attacke. Und dann probiere ich mal, äh, der ist ja grün. Also probiere ich mal blau aus. Eigentlich sollte die lila gegen alles helfen. Hier hat der Zauber schon nicht gewirkt. Hier hat er uns abunterbrochen. Übrigens hat er sonst die Mana-Energie trotzdem abgezogen. Ja, das Ganze ist so ausgerichtet, dass man die Dreier-Zauber verwenden muss wahrscheinlich. Weil man sonst keine Zeit hat. Das hat dem aber auch nichts gemacht, oder? Wie ist es mit Aufheben? Wie ist es mit Aufhebung? Aufhebung. Das war zu schnell. Ich kann gar nichts zaubern. Wenn man hier vom Ton her trifft, treffe ich eindeutig damit nicht. Tatsächlich... Das war das, was ich wissen wollte. Also trotz des Schutzschilds kann er mich noch, äh, kann er mich noch retten. Okay. Ja, Leute, ich gucke jetzt... Also ich versuche jetzt wirklich einfach noch rauszufinden, was irgendwie was tut und was nicht. Oh, was, wenn ich mein... Wenn ich meine Knarre zaube. So, jetzt ist die Dings magisch. Und gut, müsste ich mir eigentlich besonders Schaden machen. Das ist auch nicht. Was, wenn ich weiter weggehe? Macht er dann die gleichen Attacken oder macht er dann was anderes? Er macht dann das hier wieder. Okay, das macht er, wenn ich weiter weg bin. Und das zieht mir auch keinen Schaden ab. Das hält mich nur fest. Hm, das ist jetzt echt interessant. Die Grenze ist, wenn ich hier bin. Jetzt bin ich ja noch... Moment mal, jetzt macht er was anderes. Er beschwört was. Das ist, wo sein Kopf ist. Kann ich denn vielleicht sein... Und noch das hier. Drei Dinge. Ich versuche jetzt also rauszufinden, ab wo er die andere Attacke macht. Au. Hier, hier, hier haut er mich. Okay, dann gehen wir mal hierhin zurück. Und einen, den Sieg. Hier, 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 auch. Okay, was passiert, wenn ich... Jetzt, wo er lange braucht, die... Ich gehe jetzt mal Risiko ein. Ich mache jetzt die magische Attacke. Und da weiß ich schon wieder nicht, was das erste war. Ähm... Antaubok und Dreadgum. Okay. Ich mache die magische Attacke mal in meinem ganz großen Zirkel. Ganz großer Zirkel. Also projizieren. Und Areal. Dann kommt dann noch hier so ein Ding. So. Genau. Und jetzt muss ich nur noch warten. Warten, bis die Energie sich aufgeladen hat. Das hier funktioniert. Also ich kann hier nicht wegrennen. Das ist... Ah! Das ist nicht nur das. Der holt sich zu... Holt mich zu sich damit. Ich laufe dann... Ich laufe dann zu ihm. So, jetzt macht er das hier. Und jetzt... Probier ich mal aus, ob ich die Zeit habe, das zu machen. Das hat auch nichts gemacht, oder? Das hat rein gar nichts bewirkt. Okay. Der hat hier... Was habe ich hier von... Energie, irgendwas muss ich mit... Also Spruch 10 war Tierarattack auf der höchsten Stufe. Das heißt, das ist eine Kreatur zu rufen. Das ist ja nicht das hier mal ausprobieren. Das ist ja nicht das hier mal ausprobieren. Ich habe hier ein Schutzschild, an dem ich nicht vorbeikomme. Da würde ich jetzt natürlich erwarten. Ich brauche eine Aufhebung. Was ich jetzt erst mal mache, ist... Noch habe ich das... Ah, ich habe nicht... Sollte genug haben. Ich gucke jetzt mal aus mit der Aufhebung. So, was ich hier sah. Das war jetzt sehr unklug. Oh, ich habe jetzt gerade Zeit. Ich würde ja tatsächlich auch das hier ausprobieren, aber wahrscheinlich habe ich die Zeit nicht dafür, das zu sprechen. Okay, ich weiß nicht, wie das bricht. Der bricht nicht. Genau, das trifft mich. Das macht Aua. So. Genau, aber die kann ich nicht. So. Der kann also vorhalten. Ich muss also Haken schlagen. So, wie wird kann ich ihn zurück? So. Hier ist das Kraftfeld. Hier ist das Kraftfeld. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal hier die Aufnahme und informiere mich mal, was bei dem die Lösung ist. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Irgendwie kriege ich es gerade gar nicht. Und ich glaube, das ist für euch nur langweilig, wenn ich jetzt hier total frustriert am rumlaufen bin und am gucken bin, was ich machen könnte. Gefühlt habe ich schon alles ausprobiert und wahrscheinlich sehe ich einfach den Wald vor der Bäume nicht und die eine Sache, die ich noch nicht ausprobiert habe, fällt mir einfach nicht ein. Also, deswegen sage ich jetzt erst mal Ciao, wir sehen uns nächste Woche und dann weiß ich hoffentlich, was zu tun ist. Also, Ciao, Miau. Ciao, Miau.